Willkommen beim Quiz-Extrem. Einleitung 10 Fragen je Folge, anstrengende Schwierigkeit je Folge, heute herausfordernd. Antworten, wenn ihr glaubt sie zu wissen, in die Kommentare. Und nun viel Spaß beim Quiz. Welches Tier ist der größte lebende Fisch? Welches Element ist das leichteste und häufigste im Universum? Wie viele Symphonien komponierte Ludwig von Beethoven? In welchem Jahr fand die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten statt? Welche deutsche Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und später wieder aufgebaut? Welcher Astronom formulierte das nach ihm genannte Hubble-Gesetz zur Expansion des Universums? Wie viele Knochen hat der menschliche Schädel? Welcher Künstler schuf das Gemälde, die Schöpfung Adams, in der Sixtinischen Kapelle? Wer schrieb das Buch, der Prozess? Wie heißt die längste Schlucht der Welt? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal beim Quiz Extrem.